Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir ein kleines bisschen eine Übung durchgehen. Und zwar wollen wir heute eine Art Reihenberechnung machen. Und zwar wollen wir eine zum Beispiel 7er Reihe berechnen, wobei das eine variable Zahl sein wird. Wir sagen jetzt erstmal hier varReihe int ist gleich 7. Also wir wollen zum Beispiel alle Vielfachen von 7 berechnen. Dazu wollen wir allerdings einen ganz besonderen Operator verwenden. Und zwar den Modulo-Operator, den ich euch erstmal noch zeigen möchte. Und zwar kann man hier den Modulo-Operator folgendermaßen einsetzen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, wir geben ein 4 Modulo 2, dann ist das eine mathematische Berechnung und gibt mir 0 aus. Modulo ist eine Art Rechnen, wie wir es in der Grundschule gemacht haben. Und wir haben schon wieder verlernt, wie es eigentlich ging. Das heißt mit Modulo rechnet ihr den Rest einer Division aus. Das ist bei Ganzzahldivisionen super hilfreich. Das heißt zum Beispiel, wenn ich 5 durch 3 rechne. Achtung, das ist der normale geteilt durch Strich. Dann ist das, jeder kann es ausrechnen, 5 durch 3. Was ist das wohl? Naja, 1. So, aber der Rest, der ist gleich, was? 2. Das heißt, ich kann den Rest aber auch separat berechnen. Und das mache ich mit dem Modulo-Operator. 5 Modulo 3. Naja, das ist 2. Denn das ist genau die Rechnung, die ich hier habe. Und das ist genau das, was ich euch hier auch zeigen kann. 5 Modulo 3. Naja gut, das wird dann wohl 2 sein. Wundervoll. Ähm, genau. Und das wollen wir uns heute zunutze machen. Ich, äh, klammer das mal eben aus. Das wollen wir uns heute zunutze machen, indem wir hier eine Reihe berechnen. Und die wollen wir auf eine ganz besondere Art und Weise berechnen. Und zwar wollen wir alle Vielfachen von Reihe, ähm, errechnen, indem wir hier eine stinknormale Vorschleife haben. Ich weiß, es geht einfacher, aber ich möchte, dass ihr es so macht, damit ihr mit dem Modulo-Operator vertraut werdet. Ähm, und hier sagen wir 4i in, ähm, 0 bis mehrere Tausend, ja. Sagen wir mal so, wollen wir Printline, if Vielfaches von, ja, wobei, wisst ihr was, wir machen das einfach mal tatsächlich direkt so. Ähm, if Vielfaches, das müsst ihr nachher coden, Printline, ähm, i. Also, if i Vielfaches von, ähm, von Reihe, okay. Und dieses Vielfaches von, das müsst ihr jetzt programmieren. Also, diese if-Abfrage hier, die müsst ihr programmieren. Achtung, ich muss hier, wenn ich nur ein Statement habe, ähm, also einen einzigen Befehl, muss ich keine geschweiften Klammern machen, aber ich kann sie durchaus auch machen, wenn ich das möchte. Ähm, ups, das sollte nur ein Enter sein. So, also, falls euch das so lieber ist. Genau, und das ist jetzt eure Aufgabe. Versucht euch mal daran, benutzt den Modulo-Operator und benutzt nicht irgendwas anderes. Und ja, wir hören uns gleich wieder bei der Lösung. Okay, habt ihr es alle geschafft? Wenn es Probleme gab, dann schreibt mir auch ganz gerne jedes Mal, ähm, das, das ist sowieso, sollte logisch sein, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Ähm, genau. Und wir wollen das jetzt selber hier programmieren. Das heißt, dieses Vielfaches von, das ist natürlich ein Boolean, Vielfaches von, ähm, das ist ein Boolean und das machen wir wie folgt. Wir sagen hier war Vielfaches von, äh, ja, Vielfaches von, ähm, Doppelpunkt Boolean ist gleich. So, und jetzt benutzen wir den Modulo-Operator, indem wir hier einfach sagen, okay, wenn meine Zahl i, wenn die teilbar ist durch 7 und der Rest, also teilen kann ich jede Zahl durch 7, aber wenn der Rest von dieser Teilung 0 ist, was ist das dann wohl? Naja, wann ist denn i oder irgendeine Zahl Modulo 7 gleich 0? Welche Zahlen sind denn Modulo 7 gleich 0? 0, 1, nee, Rest 1, Rest 2, Rest 3, Rest 4, Rest 5, Rest 6, ah, 7 hat Rest 0, also 7 ist eine Zahl Modulo 7 gleich 0, dann 8 hat Rest 1, 9 hat Rest 2, 10 hat Rest 3 und so weiter und so fort und dann sehen wir hier, übrig bleiben die Zahlen 0, 7, 14, 21 und so weiter und so fort, eben genau die 7er Reihe. Und das ist eine quasi umständliche Art und Weise, das zu machen, ja, ich weiß, aber es ist trotzdem eine Art und Weise, wie man das hier machen kann. Und wir sehen hier, wenn wir uns das ausgeben, dann kriegen wir hier die komplette 7er Reihe bis zu dieser wunderbar riesigen Zahl hier und jetzt wisst ihr, dass die Zahl, Sekunde, 9.999.997 durch 7 teilbar ist. Einfach nur, weil, ja, ich setze hier mal die Zahlen ein bisschen kleiner, dann bleiben wir auch in dem Rahmen, den wir uns vielleicht auskennen. Okay, also wir sehen hier 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, das sollten alles Zahlen sein, die euch bekannt vorkommen, wenn ihr die 7er Reihe mal irgendwann auswendig lernen musstet, so wie ich. Okay, und ja, das geht natürlich hier für jede Zahl, also ihr müsst jetzt hier natürlich Reihe eintragen und nicht die 7 an sich und hier oben bei Reihe könnt ihr jetzt reinmachen, was ihr wollt, also auch zum Beispiel die 9, überhaupt kein Problem, könnt ihr hier direkt die 9er Reihe ausgeben und so weiter und so fort. Und ja, das ist es eigentlich auch schon von meiner Seite, ich weiß, es ist eine umständliche Art und Weise, ich wollte nur, dass ihr mit dem Modulo-Operator euch mal ein bisschen vertraut macht, weil der vor allem in der Spielentwicklung tatsächlich häufig ist, häufiger zum Einsatz kommt, als man das denkt. Genau, und ja, mit Vorschleifen will ich natürlich auch, dass ihr euch ein bisschen auseinandersetzt. Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.